Moin Leute, willkommen zum neuen Stream. Ich hoffe, die Technik funktioniert und dann willkommen zum neuen Stream. Habe ich eben schon gesagt, wow Pius, deine Begrüßungen waren auch schon mal besser. Ich hoffe, bei euch läuft alles gut und ich hoffe, der Ton passt und wie der Toad auch schon schreibt, liken ihr Toads. Erstmal willkommen an alle Leute. Ich sehe gerade, der Chat ist minimal kaputt, darum würde ich mich sofort kümmern. So, jetzt ist der Chat ein bisschen heiler. Willkommen Leute, ich hoffe, der Ton passt. Wenn nicht, schreibt es mir. Ich kann immer gerne alles bearbeiten. Ich glaube, ich bin ein bisschen leise. Ich mache mir mal ein bisschen lauter. So. Ja, meine Begrüßungen waren schon immer gut. Ich hoffe, alles passt. Ich höre mal eben selber rein, weil ich bin da immer sehr neugierig. Und wie das immer alles möglichst perfekt haben. Ja, ich hoffe, der Ton passt. Ja, ich denke, das soll klappen. Machen wir den Ingame-Zaun mal wieder an. So ein Mustertier. Ja, willkommen an alle Toads. Wir spielen heute ein bisschen Mario Kart 8 Deluxe. Es haben sich viele das gewünscht und deswegen dachte ich mir, machen wir das heute auch. Ist ja ganz klar. Wir kommen schon an die 47. Zu sehr gerade. Und halt, stopp. Alles muss perfekt sein. Ja, ich hoffe, das passt alles. Ich habe jetzt nichts gesehen, dass irgendjemand was auszusetzen hat. Tobias, hallo. David, hallo. Namlos, hallo. Florian, hallo. Selda, Nick. Willkommen erstmal an alle. So, wir spielen jetzt einfach mal. Wir gehen erstmal trocken in den Online-Modus. Ich habe hier ein paar Änderungen. Was heißt Änderungen? Der Chat ist heute mal ein bisschen rechts. Links seht ihr oben. Links oben seht ihr eine Anzeige, wer zuletzt abonniert hat oder wer zuletzt gespendet hat. Das könnt ihr über den Super-Chat, das Dollar-Symbol, neben eurem Chat. Ja. Wollen wir ein Turnier oder wollen wir ein Freundesraum? Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch mich auf der Freundesliste haben. Ich denke, bei 47 Zusehern kann man einfach mal ein Turnier machen, denke ich. Und deswegen machen wir das einfach mal. Muss ich erstmal erstellen, ihr wisst, ne. In der Zeit könnt ihr alle eure Switches hochfahren und dann hier reinkommen. Freundes-Code, ich nehme heute mal keine Leute an. Ich habe irgendwie keine... Was muss ich jetzt hier eingeben? Äh, tut mir leid, ich habe da nichts drauf geachtet. So, Toddy, natürlich, ganz klar. Name, okay. Wir nennen es da einfach mal das Toad-Turnier. Toad-Turnier, ganz klar. So. Toad-Turnier. Erstmal schön Freitag-Nachmittagabend an euch alle. So, Toad-Turnier. Wie ist ein Freundescode? Den brauchen wir nicht. Wir machen ein Toad-Turnier. Und da hat auch schon der erste heute abonniert. Und zwar der... Namenlos. Okay, hast du das nicht schon mal gemacht? Egal. Äh, wir spielen... Heute einfach mal... Pios, ich muss dir was beichten. Meine Mutter hat mir letztens Pilze ins Essen zahen. Oh, Sir Cookie. Das finde ich ist nicht in Ordnung. Und... klar oder Claire vor. Irgendwie... Irgendwie... Ich würde sagen, wir machen heute mal gespiegelt. Items. Natürlich hier die volle Power. Komm, das machen wir auch rein, falls der Raum nicht voll ist. Und... Da hat auch der nächste abonniert. Und zwar der Max Eckstein oder so. Irgendwie so. Hallo an dich. Danke fürs Abonnieren. So. Und da kommt auch wieder der nächste. Und zwar der Tobias Setzmann. Hallo an dich. Wie geht es dir? Ähm, ja. Wir machen jetzt ein Turnier. Ihr könnt alle schon mal reinkommen. Fester Zeitraum bitte einmal. Wir machen einfach mal... Ja, das passt. Das Turnier geht einfach mal anderthalb... Machen wir eine Stunde oder anderthalb? Ja, machen wir einfach mal eine Stunde. Dann können wir gucken, was wir danach noch machen. Danach können wir denn Freundesraum oder Global oder so. Unbegrenzt. Machen wir jetzt eine schöne Stunde. Erstmal ein Turnier. Wechsel machen wir einfach mal. Ja. Bei mir wurde jeder deabonniert. Oh, das ist blöd. Guten Abend zusammen. Würde gerne mitspielen. Hab aber schlechtes Internet. Oh. Hast du mittlerweile eigentlich einen PC oder immer noch den Laptop von der 500 Abonnenten? Nein, habe ich nicht. Und Lucky, danke fürs Abonnieren. So. Ich würde sagen, das passt jetzt alles, hoffe ich. Ja, ja. Sollte passen. Von der Jahren. Hallo. So. Turnier ist da. Da ist einmal der Code. Ich schreibe euch den einmal in den Live-Chat. So. Einmal in den Live-Chat. Was heißt in den Live-Chat? Ich mache ihn einmal in den Stream-Layout rein. So. Und der geht hier auch trocken los. So. Ähm. Wie nennen wir das? Turnier-Code. So. Das hört ja wahrscheinlich meine Tastatur. Das tut mir leid. Ähm. Ähm. So. Tier-Code. Wo packen wir den da hin? Packen wir den. Ähm. Oh, der Kampfknochen-Adee hat abonniert. Hallo an dich erstmal. So. Da soll es passen. Da ist jetzt der schöne Turnier-Code, Leute. Und der XM. Was weiß ich. Ich kann deinen Namen nicht lesen. Willkommen erstmal an dich. So. Tots Turnier. Würde sagen. Ja. Ich habe ja schon eins. Ich sehe gerade. Das ist aber das Richtige. Okay. Ja gut. Bin drin. Guten Abend. Hallo. Das ist creepy. Hallo. So. Wir nennen ihn natürlich Tots. Und. Ähm. Farben wir heute mal richtig geil mit unserem. Barberwagen. Das ist aber der richtige Barberwagen. Ich würde sagen. Das ist ein richtiger Barberwagen. Damit geht es heute los. Ich habe Monate kein MK8 gespielt. Ja das. Ich auch. Zwar nicht Monate. Aber auch schon lange nicht mehr. Deswegen dachte ich mir. Das machen wir heute mal wieder. Warum auch nicht. Kann man mal machen. So. Könnte das Spiel bitte sich verbinden. Das wäre wunderbar. Oh. Ich sehe gerade. Der Chat ist leicht minimal kaputt. Das ändern wir. So. Ich mache dir mal den Chat ein bisschen breiter. So. Könnt ihr jetzt bitte alle mal. Könnt. Dankeschön. Danke liebes Spiel. So. So. Los geht's. Ähm. Oh. Da sind ja schon einige Leute hier am Start. Äh. Zufällig. So. Alles richtig gut heute hier. Wundervoll. Oh mein Gott. Das sehe ich genauso. Richtig wundervoll. So. Und los geht's. Machen wir mit. Nina. Das finde ich toll. Das freut mich. Und erstmal alle an alle. Erstmal hallo an alle. 48 Leute. An diesem Freitag. Abend. Ja. Hab ich mir Bock. Aber auch nicht. Hm. Ja Marvin. Vielleicht. Stimmst du dich noch um. Bisschen Maokat geht denn nicht immer. Jetzt muss ich erstmal wieder drauf klarkommen wie das hier läuft. Hab ich hier lang nicht mehr gemacht. Jo. Und deswegen. Erstmal fast. Oh. Da fährt ja auch jemand mit dem Baba Wagen. Und mit Toddy. Also wer hier mit Tod fährt ist eh der geilste Typ. Palle oder Pale. Hi an dich. Wer hier mit Tod fährt ist eh der geilste Typ. Ich war schon auf der Lobby eigentlich. Okay. Du warst schon auf der Lobby. Okay. Prinzi. Hi an dich. Auch an dich. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Heute ist hier mal ein bisschen Maokat angesagt. Und Himmelsrächer. Du musst einfach nur Hi schreiben. Denn grüße ich dich in Normalfall immer. Aber ja. Hi an dich. Toll. Mist. Der eine Typ hat einfach keinen Namen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja. Ich hab das heute ein bisschen Maokat ausgewählt. Weil ich mir gedacht habe. Viele wollten mal. Dass wir ein bisschen Maokat Deluxe spielen nach mir. Das machen wir natürlich gerne. Wenn ihr Spielwünsche habt. Für zukünftige Swims. Könnt ihr es mir gerne im Live-Chat mitteilen. Ich merke mir das dann. Zelda Nick. Das gefällt mir. Dann könnte ich. Babatode. Babatode. Ganz klar. Der gute Babatode. Kampfknochenade. Hi. Oh. Abkürzung bitte. Da fährt noch jemand mit Tod. Also jeder der hier mit Tod fährt. Sind die geilsten Leute. I'm back in business. Das freut mich. Der erste Mensch. LP. Dass du back in business bist. Ich bin auch back in business. Ja. Oh. Toddy. Bist du wieder. Hast du 3,0 Promille. Oder was ist los? Toddy. Was ist los? Nicht gegen Wände fahren. 63. Zu sehr. Zu sehr. Holy shit. E-Sports. 1, 2, 3. Hi. So Toddy. Ich komme ins Ziel. Langstream. So ungefähr 1,5 Stunden wieder. Das ist eigentlich immer meine Zeit. Wo alles immer. Schön ist. Das Ergebnis finde ich jetzt aber nicht so schön. Hi zum dritten Mal. Moin. Moin. Und der Farin. Wuppin. Hi an dich. Danke fürs Abonnieren. Du Turd. Ja. Und einmal im Stream erwähnt. Falls ihr zu viel Geld habt. Unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr über den. Was heißt in der Videobeschreibung. Über den Superchat. Könnt ihr mir. Eure Pizze dalassen. Das wird dann hier eingeblendet. Aber. Ja. Das war es auch schon. Einmal im Stream. Können wir es mal erwähnen. Damit die Leute Bescheid wissen. Und ja. Oben wird es dann angezeigt. Da steht jetzt immer. Wer zuletzt abonniert hat. Habe ich neu eingeführt. Weil ich mir dachte. Das ist ja eigentlich ganz nett. Das kann man mal machen. Deswegen habe ich es einfach mal gemacht. Ja. Ich bin der Toad. Ein Baba-Wagen. Ja. Der Cointube. Moin. Lilewolle. Hallo an dich. Und Julian auch an dich. Wochenende is business. Oder so. Palle. Was meinst du? Verstehe das nicht ganz. Gute Entscheidung Elea. Elea. Musste eigentlich Frank aufreiben. Aber macht trotzdem mit. Ja. Das ist immer eine gute Entscheidung. Und Ultra Kamek LP. Danke fürs Abonnieren. Du bist nun ein Tot. Ja. Wie oft ich das wahrscheinlich sagen werde. In diesem Stream. Du bist jetzt ein Tot. Ich glaube ich sollte. Dieselben Audios immer wieder abspielen. Das würde mir Stimme und Zeit sparen. Nein Spaß. Ich spende beim nächsten Video. Oh du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Aber wenn du unbedingt willst. Kannst du es gerne machen. Streit die natürlich nicht ab. Weil ich will mir in Zukunft. Noch mehr Sachen kaufen. Zum Beispiel. Also was halt richtig Killer wäre. Ich habe halt mal vor. Eins wird tun. Zwei Turnier zu machen. Wo ihr denn irgendwas gewinnen könnt. Und so. Das wäre halt richtig Killer. Wenn ich halt gleichzeitig mitspielen könnte. Und euch. Diese ähm. Diese Zuschauersicht präsentieren könnte. Heißt. Ich bräuchte eine zweite Switch. Und wenn wir das durch Spenden oder so. Oder ich spare mir das irgendwie an. So ein paar Monaten leisten könnte. Zweite Switch. Damit ich den Zuschauermodus aktivieren kann. In Spirthun. Und gleichzeitig spielen kann. Und Lukas Films. Danke fürs abonnieren. Das wäre halt richtig Killer. Oder halt sonst irgendein Equipment. Also da geht immer irgendwas. Eine krasse Kamera. Irgendwas geht immer. Also die Spenden gehen auf jeden Fall in den Kanal irgendwie rein. Das ist ganz klar. Wann machst du Raumwechsel? Ähm. Florian. Das ist ein Turnier. Und in diesem Turnier wird alle vier Runden der Raum automatisch gewechselt. Den Turniercode findest du auch im Video. Bist du so im Stream. Oben eingeblendet. Ich könnte ihn eigentlich in eine andere Ecke hauen. Ich sehe gerade da ist das Item. Das werde ich gleich mal ändern. Und joa. Pius würdest du die Switch empfehlen? Überlege mir eine zu kaufen. Bin aber noch nicht sicher. Also empfehlen würde ich sie dir auf jeden Fall. Also ich finde sie ziemlich gut. Die hat schöne Spiele. Also jeder der eine Wii U hat. Sollte sie auf jeden Fall kaufen. Jeder der ein Nintendo Fan ist. Schade. 80 Zuseher. Holy shit. Und darf irgendwas. Ich habe deinen Namen nicht so schnell gesehen. Auf jeden Fall danke fürs Abonnieren. 80 Zuseher. Die mir zusehen wie ich schlecht spiele. Willkommen an alle. Und wer noch nicht ein Like gegeben hat. Ne Leute. Also Like muss schon sein. Ja ja ja. Ne egal. Likes sind immer gut. Aber keine Pflicht. Bin neun. Was meinst du damit? Neun Jahre oder auf dem neunten Platz? Tobi TD. Oder DD besser gesagt. Und The King. Hallo an dich. So komm. Noch ein paar Plätze gut machen. Yes. Siebter. Ich bin so gut Leute. Richtig gut. Siebter Platz ist richtig gut. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe es. Und why is to see? Oder so. Ah ich habe gerade. Oh no. Oh no. Ich habe gerade was kaputt gemacht. Und Markus. Hut. Oder hat. Oder so ähnlich. Hallo an dich. Guten Tag. So. Ja natürlich eine Strecke wählen. Ganz klar. Ähm. Käseland. Hier komme ich rein. Muffin. Du musst einfach nur den Turniercode einblenden. Den du oben siehst. Den werde ich mal in eine andere Ecke hauen. Damit der Itemkasten davon nicht belästigt wird. Das möchte der nämlich nicht. So. Jetzt ist alles schön. Hi und hi an die Toad Community. Hallo Tobias an dich. Toad im blauen Baba Wagen kann nicht viel außer gut aussehen. Ja das sehe ich genauso. Toad der krasse im Baba Wagen. Ich verliere alleine aus dem Grund schon nicht gegen dich. Weil ich gar nicht mitspiele. Ha. Omega. Krasse Aussagen von dir heute hier. Richtig krasse Aussagen. Da bin ich ja richtig stolz auf dich. Und zu Gamer HD. Hallo. Und Iggy Cooper. Auch hallo an dich. Für alle die jetzt dazu kommen. Wir machen ein Turnier bis 20.30 Uhr. Und dann spielen wir ein bisschen Freundesraum. Damit wir uns noch ein bisschen 200 CCM gönnen können. Auf jeden Fall bis dahin machen wir ein schönes Turnier. Und der Turniercode ist oben eingeblendet. Ja. Und trockenes altes Brot. Hallo an dich. Ich weiß ich bin krass. Ja Omega du bist richtig krass. Und jetzt die alle hier mit Toad fahren. Zumindest viele. Das freut mich sehr. Da geht mein Herz richtig auf. Oh ich bin wieder betrunken. Und Borra. Hallo an dich. So ich fahre wieder richtig betrunken. Marvin Van. Auf jeden Fall ein Marvin. Guten Tag. Kirby Bandit. Hallo. Ich bin einfach zwölfter. Warte ich's los. Oh Junge. Das wird echt. Also ich fahre heute noch mehr betrunken als sonst. Aber jetzt hole ich auf Leute. Glaubt an mich. Ich hole jetzt auf. Ich brauche die Toad Power. Dominik. Danke. Wollen wir mal sehen wer von euch das Turnier gewinnen wird. Da bin ich schon ganz gespannt. In Zukunft kann ich mir da wie gesagt auch mal gerne Gewinnspiele drin vorstellen. Spiders da. Hallo. Und Galaxy 2.0. Auch hallo an dich. Okay. Eine Runde haben wir noch zum Gewinn. Uh. Wir holen auf. Wir holen auf. Jetzt zerstöre ich euch. Kommt alle her. Jetzt ist hier Schicht im Schacht. Uh. Spiel zu Captain Todd. Das Wii U-Spiel habe ich gespielt. Falls du das meinst. Das habe ich auf jeden Fall gespielt. Und. Oh nein. Captain Toad auf der Switch werde ich aufspielen. Ja. Welcher Koopalien-Charakter ist der beste im Online-Modus? Ich glaube das ist Morten. Ja das müsste Morten sein. Komm. Noch weg. Weg ballern. Hm. Naja immerhin siebter. Du bekommst von mir die Toad-Power. Das freut mich. Die Toad-Power. Hm. Also wann kommt die vierte Runde zum Raumwechsel? Ich habe die eigentlich aktiviert. Haben wir jetzt noch keine vier Runden gespielt? Doch. Ich glaube jetzt. Ich glaube jetzt kommt die Raumwechsel. Raumwechsel. Der IG ist erstmal erster. Ne doch noch nicht. Wieso haben wir denn gespielt? Ich meine ich habe den aktiviert. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn nein. Dann wechsle ich selber mal den Raum. Ich weiß ja nicht wie viele Räume gerade online sind. Jedenfalls ist der Raum hier glaube ich voll. Ja. Ich denke ab und zu werde ich den Raum mal wechseln. Damit möglichst viele Leute mit mir spielen heute. Ganz klar. Sonst ist das ja traurig. 82 zu sehr. Zu sehr. Ich kann nicht mehr reden. Willkommen an alle. Pius würdest du Captain Thor Turchard Tracker auf der Switch. Let's play oder streamen. Also let's play nicht. Let's play mache ich nicht. Einen Stream kann man sich da mal gönnen. Vor allem die neuen Level von Odyssey werden wir uns in Captain Toad auf jeden Fall ansehen. Ob ich das ganze Spiel durchspiele weiß ich nicht. Kommt drauf an ob euer Interesse da ist oder nicht. Das könnt ihr mir gerne auch mitteilen wenn ihr wollt. Jedenfalls die neuen Level möchte ich mir auf jeden Fall ansehen im Stream. So viel steht auf jeden Fall fest. Du freust mich äh du freust dich mich in 200 CCM zu besiegen. Ja ja ja. Da wollen wir mal sehen. 200 CCM kann ich mein Lieber. Da bin ich ein guter Skiller. Ja ich weiß das sieht jetzt nicht so aus. Aber ja. Wie hast du Donkey Kong Tropical Freeze auf der Switch spielen? Ähm. Ich weiß es noch nicht. Also eigentlich habe ich Interesse. Aber ich habe da eigentlich keine Zeit. So im Mai ist denn echt die letzten Tage wo die Prüfungen fast da sind. Da möchte ich mich eigentlich darauf konzentrieren. Und nicht auf ein Donkey Kong was ich seit 2014 schon gespielt habe. Deswegen kann ich das noch nicht sagen. Irgendwann will ich es mir auf jeden Fall kaufen. Ob ich es mir jetzt direkt zum Launch kaufe das weiß ich echt noch nicht. Mario Tennis Aces. Das werde ich aber durchsuchten. Aber sowas von. Da freue ich mich sehr drauf. Im Juni. Und Charlie. Hi an dich. Und Greenix Tour abonniert sich gerade. Habe ich das irgendwie verpasst? Auf jeden Fall danke fürs Abonnieren. Sehe ich gerade oben in der Notification Box. Wenn man sie so nennen darf. Pius wo sind die Kekse die uns Toda versprochen hat? Ja das weiß ich auch nicht. Toda wo sind die Kekse? Ich bin schon wieder neunter. Ich dachte gerade ich bin voll gut und so. Dann sehe ich so schon wieder neunter. Oh Mann. Voll kacke. Oh die Kurve war aber gut genommen von mir. Oh. Und Stefan. Hi an dich. Weißt du da redest du gerade davon. Dass du gute Kurven genommen hast. Und dann ist hier alles am Ende. Du bist ein sexy Pferd. Danke David. Das freut mich. Finde ich super. So. Komm. Siebter ist drin. Siebter ist drin. Ey. Du alte Oberzicke. Wer war das? Ich werde dich sowas von finden und zerstören. Raus mit dir. Pass vor. Ich zock gerade MKU online. Aber der Unterschied ist nur. Dass ich. Titel. Ist so der Titel. Okay. Ja. Kann man so fest sein. Ah da ist der Raumwechsel. Ein oft guter. Die Eule ist am Start. Ja. Ja. Oh. Er hat mal was entspanntes getrunken. So Muttertier. So nicht anders. So. Wirst du Smash durchspielen? Wenn man es durchspielen kann. Dann vielleicht. Man weiß ja nicht. Ob Smash Switch. Einen. Story Modus hat. Oder eben nicht. Das weiß man ja noch nicht. Zumindest weiß ich davon nix. Und jo. Und Tom. Hallo an dich. Willkommen. Ja super. Tja. Daumen hoch. Jetzt werde ich in meinem eigenen Stream rausgeschmissen. War diesen da los? 28 Leute spielen mit. Ja moin. So. Toll. Jetzt werde ich in meinem eigenen Stream. Im Turnier rausgeschmissen. Gibt's denn nix besseres? Ab geht die Post. Hoffe ich. Ja moin. Guten Tag. Wir sind hier zu zweit. Hallo. Guten Tag. Viel Glück. Ja danke dir. Oder ist er der nächste Guten Tag? Ab jetzt wird dein Kanal Sexy Fert heißen. Oh. Das wollen wir mal sehen. Socks du Fortnite mit mir und mit zwei anderen wäre mega korrekt. Ich bin nicht so der Fortnite Spieler. Tut mir leid. Ich habe das Spiel zwar gespielt. Aber es ist nicht wirklich mein Spiel. What's your favorite Spiel of the whole time? Äh. Ja. Gute Frage. Habe ich eigentlich nicht. Nothing. Ich spiele halt immer gerne die neuesten Spiele. Weil die halt einfach neu sind. Und ich habe nicht wirklich ein Lieblingsspiel. Ich mag halt sehr Odyssey. Sunshine mag ich auch. Und bei Mario Kart mag ich das hier am meisten. Aber ein komplettes Lieblingsspiel. Was ich über alle anderen Spiele setzen würde. Das habe ich nicht. Was findest du besser? Donkey Kong Kong. Äh. Topic Freeze. Oder Country. Äh. Oder Kong. Ja. Ähm. Wii U oder Wii. Ähm. Ich glaube den Wii U Teil. Ja den Wii U Teil. Weil man da mehrere Kongs spielen kann. Das finde ich abwechslungsreicher. Ja. Du würdest richtig geil finden. Wenn es einen Story Modus geben würde. Das sehe ich auch so. Mike. Das würde glaube ich jeder so sehen. Ein Story Modus für Smash. Das wäre eigentlich ziemlich gut. Bora. Was ist los? Du zockst schon auf Switch. Äh. Mario Kart ja. Also Wii U ist das hier nicht. Das ist nicht der Wii U Teil. Und by the way. Wenn ihr mich hassen tut. Dann spielt mit mir diese Strecke. Ich hasse sie. Okay. Das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen sollen. Aber. Ich mag diese Strecke. Überhaupt nicht. Schon in Mario Kart 7. Mochte ich sie gar nicht. Oh. Ich sehe gar nicht. Ich bin Dritter. Meine beste Platzierung bis jetzt. Heute. Oh mein Gott. Kennst du Rocket League? Ja. Na klar Nick. Hab ich selber schon 45 Stunden hier auf der Switch gespielt. Können wir auch gerne mal spielen. Aber nicht heute. Ähm. Wie findest du Katjas neuen Song Dicke Lippe? Also ich muss ehrlich sein. Dass ich nicht fahren kann. Ne. Ähm. Ich. Hm. Ich muss ehrlich sein. Doggy. Äh Doggy. Fand ich deutlich besser. Boah hör doch auf. Na jetzt ist hier alles am Ende. Also Doggy fand ich besser. Dicke Lippe hat für mich jetzt keine. Kein Ohrwurm Niveau. So richtig. Also ich find's okay. Ich find's nicht komplett scheiße. Also. Um den Tags müssen wir jetzt gar nicht gehen. Was? Eine 8 ist ein Stachikpanzer bei. Okay. Also. Doggy find ich besser. Dicke Lippe find ich okay. Aber bei weitem nicht so richtig geil. Oh man. Und. Über den Text müssen wir gar nicht reden. Ja. Joa. Hab jetzt immer diese Strecke weh. Ne 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 ne. Todas. Cool. Ja. Was heißt es von Apoet Billo? Billo. Ah. Joa. Also ich fand sein Ding davor besser. Wie hieß das? For Billo. Das Lied. Also Billo fand ich. Also Apoet verbessert dich finde ich auch immer stetig. Ich verfolge ihn jetzt nicht so doll. Ich hab ihn auch nicht abonniert. Weil mich der restliche Content eher weniger interessiert. Du bist der einzige der also von YouTubern meinen Namen richtig ausspricht. Mike. Ist das so schwer? Also Mike ist ja jetzt nicht so sprechen dich die Leute Mieke aus oder was? Mieke. Okay. Ja. Kann man auch sagen. Aber ich sag immer zu so welchen Namen Mike. Ja. Joel in Hamburg. Ja. Lieber Toilette oder Toad? Ähm. Toad natürlich. Toad ist mein Boy. Ich hab Orchid League 150 Stunden auf der Switch gespielt. Ich hätte echt mal Lust mit dir zu spielen. Das können wir gerne mal einrichten. Vielleicht mal in einem Stream demnächst. Heute jedenfalls nicht. Und ja. Oh. Da wollte ich eigentlich hochfahren. Mano. Ja. Ich kann echt gar nichts. Nina ist Platz 4 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Eine Frage. Fußball oder Handball? Jetzt eine gute Frage. Meinst du jetzt selber spielen? Oder zusehen? Oder sonst was? Also außer dass Hubi mit Handball. Also außer dass Hubi Handball spielt. Habe ich mich mit Handball noch nie beschäftigt. Bin eh nicht so der Sporttyp irgendwie. Ich bin hier der Toad im Keller sitzend. Mario Kart spielen. Und in die Schule gehen. Fünfmal in der Woche. Und ja. Wenn ich mich entscheiden müsste. Würde ich denke ich sogar Handball nehmen. Wenn ich mich zwischen zwei Sportarten entscheiden würde. Einfach aus dem einfachen Grund. Da ich Handball einfach nicht kenne. Also kenne schon. Aber selber glaube ich noch nie gespielt habe. Würde ich mich denke ich für Handball entscheiden. Weil es einfach mal für mich was Neues wäre. Ich weiß zwar wie die Regeln da so ungefähr sind. Oh nö. Und wie dazu läuft das Ganze. Aber gespielt selber habe ich es noch nicht. Ich rede immer so lange über so Fragen heute. Fällt mir so oft. Kannst du mal für die Wii U spielen? Also online? Eigentlich nicht. Weil die Switch ist deutlich angenehmer. Da habe ich nicht so einen fetten Stein in der Hand. Den ich steuern muss. Mit dem ich steuern muss. Deswegen spiele ich eigentlich auf der Switch. Ja. Und die Wii U müsste ich extra anschließen. Das ist ein bisschen nervig. Das Ganze. Deswegen nein. Auf der Wii U würde ich nur Mario Kart. Äh. Mario Maker spielen. Mehr aber auch nicht. Und Mario Maker möchte ich eigentlich. Wenn ich das irgendwann mal machen sollte. In Videoform bringen. Als im Streamwind denke ich. Ey. Ich hatte einen Stern. Ey. Das ist doch hier alles Betrug heute wieder. Daumtendo oder Hübi. Das ist eine schwere Sache. Ich mag beide sehr gerne. Hast du Hobbys? Ja. Das hier zum Beispiel. Das ist mein Hobby. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja. Das ist mein Hobby. Sonst habe ich nicht allzu viel. Bleibt auch gar nicht so viel Zeit. Finde ich. Wenn ich nach Hause komme. Dann mache ich ein bisschen YouTube. Wenn überhaupt. Spiele etwas. Und dann ist der Tag gefühlt auch wieder rum. Ja. Wie findest du Julian Bams neuen Song? Und Bell Joe oder Yo. Bell Yo. LPE. Irgendwie so. Danke fürs Abonnieren. Ähm. Julians neuen Song finde ich voll nice. Habe ich mir schon angesehen. Dagi spielt da auch mit. Beziehungsweise singt da mit. Habe ich mir angesehen. Habe ich mir angesehen. Gefällt mir. Ja. Hammerborough ist auch am Start. Ja. Guten Tag. Hallo. Du bist 10. Herzlichen Glückwunsch. Was hältst du von mir? MD Tendo. Naja. Was soll ich von dir halten? Du fällst nicht negativ im Stream auf. Du fällst nirgendwo negativ auf. Du bist hier am Start. Also negativ auf jeden Fall nicht. Ich kenne dich halt nicht persönlich. Aber hier bist du halt geil am Start. Was soll ich da schon sagen? Kann ich dir einfach freuen und mit Glück mit dir spielen? Ja genau. Du musst einfach nur den Turniercode eingeben und mit Glück bist du in meinem Raum. Und der Charlie hat abonniert. Ja danke dafür. Willkommen du tot. Alle die immer wieder neu sind können gerne in den Chat schreiben. Hashtag neu. Und mir dazu schreiben wo ihr denn herkommt. Also ob das Video irgendwo empfohlen wurde oder so. Das interessiert mich immer sehr. Finde ich immer sehr interessant sowas zu erfahren. Ey. Du blöder Typ. Caps wird sozusagen fast als Spam gezählt. Ja ich sehe das hier alles nicht so streng. Man soll auf jeden Fall nicht übertreiben. Und dann ist alles gut. Ja. Aber Caps muss nicht sein. Und bei Emojis müsst ihr aufpassen. Höchstens 4. Sonst werdet ihr automatisch gelöscht. Die Nachricht. Also höchstens 4. Emojis in einer Nachricht. Sonst ist die weg vom Fenster. Hashtag neu. Ja genau Hammerboot. Du bist neu. Das merke ich mir. Dat wär mir neu. Hashtag alt. Joshua ist neu. Ja hallo an dich. Warum höre ich heute keinen Item Sound? Warum höre ich heute keinen Item Sound? Ist das irgendwie komisch? Ist das ein Bug? Also gefühlt höre ich heute keinen Item Sound so richtig. Naja komisch irgendwie. Also ich höre auf jeden Fall das Gameplay. Die Musik. Die Strecke. Die höre ich. Aber irgendwelche Items irgendwie. Ja jetzt habe ich ja mal wieder den Büro gehört. Ja guten Tag. Little Gaming Girl ist neu. Ja hallo an dich. Schön, dass du da bist. Oh, das war glaube ich knapp. Dark Lord. Game. Äh King. Nicht Gaming King. Hallo an dich. Und da hat der FactTube abonniert. Danke dafür. Ey. Das ist nicht wahr. Hallo. Betrug. Hör auf. Mann. Ich war so schön vierter. Mano. Nice Gameplay. Dankeschön. Der Luca ist auch neu. Und Eric ist klüger. Hallo an dich. Der Luca ist neu. Ja, ja, ja. Immer diese Mods, die hier lustig sein wollen. Der Hammerbo ist wieder weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh ne. Nicht diese Strecke. Passt auf. Alle in diesem Raum werden jetzt diese bülle Strecke wählen. Nur weil ich das vorhin gesagt habe. Oh Junge ey. Alles scheiße. Ich mag weder die. Die ist okay. Die ist scheiße. Deswegen nehme ich das hier. Ja. Na klar. Vier Leute. Fünf Leute. Ne. Vier. Fünf. Doch. Ah. Ich kann nicht zählen. Jelly R. Hallo. Guten Tag. Jelly. Hallo. Und Eric ist klüger als auch ein Abonnent. Hallo. Danke dafür. Sepp Pohl ist auch neu. Farin ist auch neu. Hallo. Mike. Was laberst du? Ich laber. Aber viel. Wenn der Tag lang ist. Toads Promille. 5,0. Ja. Noch nicht. Nicht neu. Ich will deinen Freundescode. Ich fahre Toad. New Best. Oha. Freundescode brauchst du gar nicht. Das ist hier ein Turnier. Und der Turniercode steht oben im Bild. Ja. Ich bin ein McDonalds Fan. Du? Ich auch. Also mehr als Burger King muss ich sagen. Also kann ich das. Also Fan würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn ich mich zwischen Bürgern von Magus oder Burger King entscheiden muss. Gehe ich meistens zu Magus. Weil da haben die auch so geiles Eis und so. Kann man sich schon gönnen. Luis oder so. Ja irgendwie sowas. Hallo an dich. Ich meinte einen anderen. Achso. Alles klar. Am besten denn mit dem Add Namen markieren. Dann weiß ich Bescheid. Also Add dem den du meinst. Joa. Oh Toaddy. Fahr richtig. Leute. Abonniert den Pios mal. Der braucht endlich deine 10k. Ja. Das sehe ich genauso. Gönnt euch. 10k ist schon geil. Die Bombe war jetzt nicht so geil. Was ist dein Freundescode? Den brauchst du jetzt erstmal nicht mein Lieber. Der Turniercode ist im Stream eingeblendet. Den brauchst du um hier mitzufahren. Ich verfolgt. Ach du Scheiße. Ich verfolge dich seit 2015. Holy Shit. Du bist ja lange dabei. Guten Tag. Alter Toad. Cool. Jetzt. Ich bin jetzt ein Toad. Ja das sehe ich genauso. Mobbing ist ein Problem. Das viele Jugendliche betrifft. Hast du eine Idee wie viele? Ach man. Rampen mich halt alle weg. Das ist ja hier Mobbing. Also ganz vielen Jugendlichen passiert das. Ja ja. Ne. Ehrlich jetzt. Ähm. Kann ich schlecht einschätzen. Ich würde sagen. Jeden fünften. Jeden sechsten. Obwohl das auf meine Klasse jetzt eher weniger zutrifft. Da wird eigentlich keiner groß gemobbt. Kann ich schlecht einschätzen. Hast du da eine bessere Antwort? Kommt der Toad überhaupt an das Glas mit seinen kleinen Füßen? Ja ja. Das klappt. Der hat ein kleines Auto. Dann geht das schon. Pokémon oder Haustier? Da ich mit Pokémon nicht viel an Wut habe. Ist es bei mir das Haustier. Und zwar eine Katze habe ich. Ja und diese Runde war mal wieder sowas von Betrug. Der Code geht nicht. Bin ich in einem Turnier? Also da die anderen hier alle reingekommen sind. Muss es irgendwie an dir liegen. Weil die anderen haben es ja geschafft. Wahrscheinlich bis zu einem anderen Raum. Das Turnier hat mehr Räume. Wenn ihr ins Turnier kommt. Heißt es nicht, dass ihr automatisch mit mir spielt. Ja. Und der Luca. Guten Tag. Ich wurde auch gemobbt. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Ja. Ich verfolge dich seit Anfang des Jahres. Tobias. Das ist schön. Das freut mich. Sieht man meine Nachrichten überhaupt? Ja. Die hat man jetzt auf jeden Fall gesehen. Guten Tag. Moin Moin Toad. Mücke 04. Guten Tag. Hashtag verloren. Ja. Das ist natürlich blöd. Die Polly. Jonathan. Die Polly schreibt man mit I. Schäme dich. Ich war dabei, als du 500 Abonnenten hattest. Uh. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Mark. Auf Platz 1. Der krasse Typ. Hättest du gerne eine Spinne als Haustier? Nicht wirklich. Da habe ich lieber eine Katze. Ganz ehrlich. Joshua. Du bist schlecht. Danke. 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 Max. Bam. Hi. Und BM. Auch an dich. Und ich sehe gerade, ich habe ja gar nicht meinen Discord-Chat, äh, meinen Discord-Abonnenten-Server in der Videobeschreibung. Das muss ich ändern. Das geht ja gar nicht. So, ähm. So, 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 so. Also, wenn ihr mir noch nicht auf Twitter oder auf Discord folgt, ne, Leute? Was heißt folgen? Auf dem Discord-Abonnenten-Server seid. Das könnt ihr sofort ändern. Das geht ganz einfach, indem ihr einfach jetzt einmal kurz den Stream neu laden tut. Und dann seht ihr in der Videobeschreibung den schönen, die schönen Links zu diesen beiden Seiten. Hast du Insta? Ja, habe ich auch. Das kann ich auch gerne reinhauen. Gar kein Problem. Insta habe ich auch. So, hauen wir noch eben rein alles hier. Und dann geht das los hier. So, Instagram ist auch drin. Ab geht's jetzt hier. mit allem, was es so gibt. Ja. Der Discord-Server, Twitter und Instagram, alles jetzt in der Videobeschreibung. Wow, danke, Pius. Jetzt bin ich als Links-Klaber ja nutzlos. Bitteschön, Luca. Bitteschön. Und Hannes A. Guten Tag. Wo ist Mew? Ja, das weiß ich auch nicht. Der faule Typ. Bin hier seit 100 Abos. Oh, du bist aber ein ganz alter Typ. Dann kennst du ja vielleicht noch meine ganz ersten Let's Plays, die ich hier gemacht habe. Weil so ging jetzt hier alles los mit einem Let's Play zu Captain Todd, was inzwischen nicht mal online ist, weil ich es, glaube ich, nie beendet habe. Das müsste ich, denke ich mal, neu anfangen. Irgendwann. Mir geht's gut und dir, alles todig heute hier. Und Deftix, hallo. Und einer hat eine Bombe, der Typ. Oh, hier sind überall Bomben. Oh, das war knapp. Was für einen Bowser benutzt du? Auf dem PC, Firefox, auf dem Handy, Google, Chrome. Ja. Andreas Weber, hallo. Oh, das war blöd. Also, ich kenne nur Pierce, Volker, Peer. Ja, ja, Omega, ich weiß Bescheid. Ja, danke dafür. Wer war das? Wer war das? Diese Peach. Ja, das ist ein CPU, kann das sein. Die Nina hat Platz 3 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Bam. Bananen für euch, ihr Oberzicken. Seit wann kennst du Mew aka Flipline? Du, den kenne ich schon lange. Das müsste Dezember 2015 gewesen sein. Ja, das kommt hin. Den Mew kenne ich seit Dezember 2015. Also schon ein paar Jahre, sagen wir so. Ich kann nicht mehr reden. Ja, ja, hallo. Rosa. Geh weg. So, im Ziel 94 Zuseher, Leute. Krasse Sache. Also, wenn wir 100 Zuseher schaffen, ne? Dann ist hier echt Ende im Gelände. Dann steppen wir eine halbe Stunde. Ne, 100 Zuseher ist, das wäre schon eine krasse Sache. Also, kann man nichts gegen sagen. Ja. Du Oberätsicke. Ja, genau. Magst du die Zelda-Reihe? Ja, na klar. Jeder kann ein Opfer von Mog... Mob... ...Mobbing werden in Deutschland, wird jeder 6.15-Jährige gemobbt. Ja, das ist... Das sind krasse Fakten. Kenne ich jetzt nicht so. Also, klar kennt man auch Mobbing so, ne? Aber aus meiner Klasse kann ich das so nicht bestätigen. Ja. Oh, nö. Ich glaube, ich muss das Ding gleich aufladen. 98 Likes. Ja. Wenn noch kein Like gegeben hat, ne, Leute? Haut rein. Aber 98 ist schon eine schöne Zahl. Wie viele Rennen gibt es? Bis 20.30 Uhr und dann gibt es einen schönen Freundesraum. Ich kann leider nichts spenden. Wenn ich jetzt könnte, würde ich jetzt machen. Äh, tun. Ja. Das ist gar kein Problem. Jeder, der spenden will, kann das machen. Jeder, der es nicht macht, absolut kein Problem. Hier ist keiner zu irgendwas verpflichtet. Ist ja ganz klar. Oh, hier fahren schon vier Tots. Tots. Den Toad auf dem Bike finde ich richtig lustig. Der sitzt da richtig geil. Are you spilling Fortnite? No. Zumindest nicht aktiv. Sehr, sehr selten. Und wenn man aus irgendeinem Winkel bis sechs zählt, bin ich Nummer sechs. Bin ich jetzt ein Mobbingopfer? Ja, natürlich. Clickbait on is the best. On, achso. Clickbait on is best. Ja, auf jeden Fall. Mann, wo bin ich schon wieder? Weißt du, einmal in den Chat schauen. Und sowas von Ende hier. Du bist doch nicht in der Live-Trends. Ja, ab 100 Zuseher ist man das. Also Leute, 100 Leute. Nee, das wäre schon ein Killer. Das wäre schon ein Killer. Aber, ja. Hattest du dich früher Adas genannt? Weil ich kenne Flipplein auch schon echt lange. Ähm. Nee. Also seitdem ich Flipplein kenne, heiße ich schon immer Tots. Oh, der Pro-Gamer-Solo. Danke für deine einen Euro. Du bist ja heute ein ganz krasser Tod. Da haut er hier seine Pilze raus. Danke an dich an dieser Stelle. Freut mich sehr. Oh, aber was mich auch freut, ist Erster zu werden. Auf jeden Fall danke an dich. Du bist hier ein krasser Tod heute. Ihr könnt mal richtig schöne, wie man es von Vivi kennt, ein paar Herzen reinhauen für den netten Pro-Gamer-Solo. Das ist heute hier ein krasser Tod. Toll. Dritter. Nicht so geil. Also, ein bisschen Liebe hier für den Typen. Nee, der ist ja ganz klar. Die Tod-Power geht an ihn. Spielst du mit? Oh nein. Weißt du? Da bist du einmal Vierter. Da bist du einmal Vierter. Und dann läuft hier gar nichts mehr. Hör doch mal auf. Hör doch auf. Herr Emmer hat noch 6 da. Darf ich 0,01 Cent spenden? Nein, mein Lieber. 1 Euro ist das Minimum. Weniger geht nicht. Ja. Jetzt kommen die Tod-Herzen. Der Pro-Gamer haut nochmal 1 Euro raus. Ja, Junge. Heute ist hier. Aber Weihnachten und Ostern zusammen. Danke wieder an dich. Du bist heute richtig krasser Typ. Da haut er heute seine 1 Euro-Pizze raus. Danke an dich. Jetzt geht's hier aber really abholen hier. Danke. Jetzt kommt hier die Tod-Power an ihn. Spielst du eigentlich mit? Wenn nicht, komm ran. Macht nochmal ein paar Herzen rollen. Jojo, Power hier, ne. Am Start heute. 91 Zuseher. Geht ist hier alles richtig gut heute hier. Mein Abo wurde nicht angezeigt. Das liegt denn vielleicht daran, dass du deine Abos auf Privat hast. Falls das so ist, werden die leider nicht angezeigt. Oh, der Pro-Gamer haut nochmal 1 Euro raus. Was ist denn jetzt los hier? Oh, du bist ja heute ein lustiger Typ. Wer wird auch mal angezeigt, bitte? Hallo? Spiel? Äh. Ja, ja, jetzt geht's hier. Jetzt läuft hier heute richtig. Oh, du bist... Mein Lieber, falls du es in Zukunft öfters machen willst. Ich will jetzt nicht so klingen. Nein, nicht schon. Aber wenn es am meisten zu mir gehen soll, nicht an YouTube, dann ist eine 3-Euro-Spende besser als 3 mal 1 Euro, weil YouTube sich dann jedes Mal 40% gönnt. Und ja, nur so als Tipp. Aber egal, wie du es machst, auf jeden Fall riesen Dank an dich. Du bist heute hier ein krasser Tod. Ja. Läuft heute recht gut hier, ne? Da macht er die 3 Euro. Juge, heute ist hier. 3 Euro, da gehe ich mir gleich einen Döner von kaufen. Ne, das kriege ich ja erst in 3 Jahren so ausgezahlt, so ungefähr. Wenn YouTube mein Geld auszahlt, das ist nur einen Monat. Aber auf jeden Fall Dank an dich. Du bist heute ein krasser Tod. Aber jetzt wollen wir mal wieder eine gute Platzierung erzielen. Das wäre doch mal ganz gut. Uh, gleich mal erster hier. Krasser Tod. Ja, auf jeden Fall. Die krassen Tod sind hier am Start. Du musst wieder Google Playkarten kaufen. Mach so. Ja. Musst, äh, müssen tust du hier gar nichts. Aber wenn du dir gönnen willst, dann mach das. Okay, dein Nightbot. Ja, dein Nightbot. Oh, du scheiße. Nightbot, du banst hier aber nicht meine besten Tots heute, ne? Nightbot. Äh, Pro-Gamer. Ja. Das wollte ich eher weniger. Das tut mir leid. Er wurde für 5 Sekunden blockiert. Ja, das ist aber nicht gut. Ich weiß, was du gemacht hast, aber auf jeden Fall nicht mehr als 4 Emojis. Sonst wird dein Nightbot traurig und sauer. Ja. Und Erik ist klüger. Dich hab ich doch schon gegrüßt. Auf jeden Fall nochmal Hallo an dich. Du bist immer noch am Start. Das freut mich. Jonas, hallo, alles gut. Ja, das seh ich auch so. Guck mal, auf der Todstrecke läuft das Ganze hier besser. Liegt alles an der Todstrecke. Okay, ja. Alles gut. Ey, du bist doch richtig fies. Da legst du einfach mal eine Banane dahin. Oh, Junge. Warum spielst du nur Toad? Weil Toad der Geiz ist. Der Pro-Gamer, Junge, was ist los bei dir heute? Was ist los bei dir? Da holt er nochmal 2 Euro raus. Der läuft heute hier. Und Dennis Berg ist ein Tod. So, gleich wird das Geld angezeigt. Heute läuft er richtig hier. Game Master LP ist auch unser. Danke fürs Abonnieren. Oh nein. So, kann jetzt bitte mal das Geld angezeigt werden? Komm. Ist gut, Jens. KingBoyHD, auf jeden Fall. Ich bedanke mich schon mal wieder an dich, Pro-Gamer. Oh, du bist ja heute hier ein richtig krasser Typ. Und KingBoy, auch an dich. Danke fürs Abonnieren. So, jetzt ballert's heute. Oh, jetzt ballert's hier heute richtig. Jetzt geht's hier heute richtig ab. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Hätte ich mich 80 mal bedanken, wenn sie das... Dann klingt das so lame. Deswegen... Du bist krass. Ja. Mehr fährt mir dazu nicht mehr ein. Zinker Abos für Todtos. Oder für Todtos. Ja, auf jeden Fall. Und Jonas Pranker Pro. Hi an dich. Danke fürs Abonnieren. So. Ähm, die Strecke. Ja. Lilly. Oder Lele. Lele Wolle. Ach, du bist ja auch schon länger hier am Start im Chat. Danke fürs Abonnieren. Yeah. Mücke 04, du nun auch. Gönn dir. Heute ballern wir die Abos. Heute gönnen wir uns richtig. Und fast haben wir die 4.500... Äh, 4.500. Die 9.500. Noch 7. Dann haben wir das. Dann fehlen noch 500 für die 10.000. Ja, ja. So, wir beruhigen uns alle wieder ein bisschen. Ganz ruhig bleiben. Ja, Mücke, das ist nicht gut. Und Julian, hallo an dich. So, können wir mal anfangen hier. Ich glaube, die Switch 2 kriegst du allein von ProGamer. Hä, miss. Ja, noch nicht. Da ist noch Luft nach oben. Spaß. ProGamer, wie viel Money haust du noch raus? Jawohl. Naja, jetzt ist aber genug, ne. Alles gut. Gut, noch 6 Abos, dann 10.000. Nee, noch 500 dann. Das wär mir neu. Das wär mir neu. Jaja, wir sind bei 9.493. Also ein paar Abos fehlen da noch. Du bist 100.12 da. Nein. Ich hoffe, im Turnier werde ich auf die Top 20 kommen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Wir gucken einfach mal. Ja. Und Space. Hallo. Guten Tag. Zocken wir aus Betun. Erik ist klüger. Ja, aber nicht heute. Aber demnächst auf jeden Fall wieder. Ganz klar. Alter, wenn das so weiter geht, kriegen wir heute die 10k voll. Nee, also 500 haben wir heute nicht geschafft, ne. Gefühlt ja, aber auf dem Papier sind es glaube ich nur nur, also in Klammern nur, 30 oder so gewesen. Also bald haben wir die 10.000, jetzt jedenfalls noch nicht Abos hin oder her. Heute geht es hier um den Spaß und um den Sieg im Turnier. Der Throne im Benzer. Ja, das ist mein Baba Wagen. Das ist mein Baba Wagen. Der gute Baba Wagen. Habe es jetzt endlich geschafft zu liken. Ja, das ist eine gute Sache. Jeder, der hier liked, ist eh ein krasser Typ. Alles für den Community Tab. Ja, auf jeden Fall, Omega. Alles für den Community Tab. Plus 600%. Ja, läuft. Würdest du mich auf der Switch als Freund adden, wenn ich 50 Euro spende? Kleines Kätzchen. Ähm. Ja. Ich adde dich eh auf der Switch, wenn wir ein Spiel wie Splatoon 2 spielen. Da muss ich euch nämlich adden. Mit dem Geld hat das nichts zu tun. Fürs Geld kommt ihr hier nicht auf die Freundesliste, sondern wenn wir einfach das Spiel spielen, wo ihr auf die Freundesliste müsst, dann adde ich euch auch. Also einkaufen muss hier nicht sein. Wenn wir Splatoon spielen, dann adde ich euch. Ganz klar. Aber hier mache ich das jetzt, glaube ich, nicht. Wie heißt das Turnier? Tor-Turnier? Genau. Aber in zwei Minuten ist hier Schluss. Dann spielen wir noch ein bisschen im Freundesraum. Dann sehen wir uns den Sieger an. Und Luis Maukart. Auch hi wieder, dass du wieder am Start bist. Dich kenne ich auch schon. Du bist doch auch ein krasser Tod. Keine Ahnung, kann das nicht sehen. Alles klar. Ich freue mich dazu. Ja, Gondorf. Das muss sogar nicht mehr. In zwei Minuten ist für das Turnier Schluss. Danach geht es aber auf jeden Fall noch weiter. Ganz klar. Kann ich mitspielen, weil mein Internet scheiße ist. Das ist natürlich blöd. Aber auch hi an dich, Gendorf. Am Montag geht die Schule wieder los. Weißt du was? Ich habe schon seit zwei Wochen wieder Schule. Und Nina, hallo an dich. Guten Tag. Und Markus. Ja, ich mache sowas öfters. In Zukunft habe ich auch mal vor, ein Mario Kart Turnier zu machen, wo ihr was gewinnen könnt. Eine Amiibo Figur oder sowas halt einfach. In Zukunft wird sowas kommen. Und der Let's Play Random Gelo oder Gelo irgendwie so. Achso, Angelo. Angelo. Random Angelo. Ah. Ich verstehe. Hallo, zurück an dich. Gut, dass es bald aufhört. Schaut die ganze Zeit, welchen zu, wo gerade war es Abfahrt spielen. Ah ja, da schaue ich auch gerade zu. Und. Ich gucke gerade Let's Dance. Ach du Scheiße. Das läuft ja, ne. Da spielen ja die Loris. Äh, da spielen die. Da tanzen ja die Loris mit. Und. Weiß da jemand, ob die Loris noch drin sind? Wenn ja, ob da noch beide drin sind oder nur einer? Ich wollte eigentlich mal sehen, wie die tanzen. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, das zu gucken. Also wenn ihr mal Let's Dance guckt, wisst ihr, ob die Loris noch dabei sind? Ich denke mal schon. Lass mich raten, ein toter Amiibo. Ja, kann schon sein. Und nice, ich gewinne ja. Wenn es um Gewinn geht, dann geiert der Marvin. Dann geiert er. Dann geht es ihm gut. Noch zwei Abos, dann habe ich zehn Abos. Na, läuft bei dir. Ich denke mal, dass ich beim Turnier Erster werde. Ja, ja, der Igel, der denkt schon, wie er so viel ist. Ja, die beiden sind drin. Ah, okay. Oh, Po-Controller, verlass mich nicht. Ich brauche die noch mal lieber. Oh boy, WTF. Lass mich doch, Marvin. Ich glaube, Heiko ist noch drin. Ah, okay. Wann kommt Super Mario Odyssey demnächst wieder? Heute habe ich mir gedacht, heute mal ein bisschen Mau-Kart. Ja, gut. Heute mal ein bisschen Mau-Kart. Und, ja. Muss kurz weg, komm später wieder. Alles klar, mein Lieber. So. Hier seht ihr einmal, ich würde sagen, da wir jetzt ein bisschen Freundesraum machen werden. Hier einmal mein Freundescode. Für alle, die gefragt haben. Hier ist er einmal. Steincrafter High. Und Comedy pur. Auch hallo an dich. Ja. Ich blende das jetzt einmal ein. Weil ich ja gleich sehen will, wer beim Turnier gewonnen hat. Da das aber noch nach 5 Minuten erst aktualisiert wird, weil jetzt gerade noch welche spielen. Kann schon sein. Gucken wir gleich rein. Ihr könnt mich jetzt ändern. Ja. Können wir machen. Immer dieser Akku. Ja, genau. Ich habe jetzt eigentlich wenig Lust, den aufzuladen in Poker & Roller. Igel. Nein, nicht zu spoilern hier, ne? Jelly. Jelly. Ja, läuft. Wann kommt wieder Arms? Ähm. Irgendwann vielleicht mal. So, gucken wir mal, ob wir anfangen bekommen haben. Mario Odyssey. Neu Leben. Herausforderung. Oh, Junge. Das wird wohl nichts. Ach so Scheiße. Holy shit. Wo soll ich denn hier anfangen? Ich gucke, welche von heute sind. Ich nehme jetzt, ähm, gibt es noch eine Anfrage davor. Ja, wir fangen einfach mal hier an. Ich nehme jetzt einfach mal 8 Anfragen an und dann geht es weiter. Weil alle anderen können dann beim nächsten Mal Glück haben. Weil ich kann das nicht alle annehmen, denn nehmen wir ja nur noch Leute an. Dann geht es ja hier nicht mehr weiter. Das müsst ihr verstehen. Kannst du jenen grüßen, die in der Top 20 sind? Ähm, wir gucken uns das gleich mal an. Wir gucken uns das gleich mal an. So. Ich nehme erstmal ein paar Leute an. Ja. So. Ah, zum Glück keine Batterien. Ja, genau. Batterien sind auch nicht gut. Spielst du Splatoon 2? Ja, mache ich. Heute aber nicht. Aber mache ich. Ja. Pascal. Und hallo an die Neuen. Genau. So. Komm. Das dauert immer so lange. Deswegen nehme ich jetzt nicht alle an. Weil das eh immer so lange dauert. Wenn das endlich mal schnell gehen würde, dann wäre das echt gut. So. Dennis. Hallo an dich. Hallo Dennis. Bin neu hier. Hallo an dich. Grüß dich. Muss weg. Tots. Schönes. Alles klar. Schön, dass du da warst. Tschüss. Du bist glücklich. Das freut mich. Nehme noch zwei an. Alle anderen nehme ich bald an. Tut mir leid. Aber das dauert einfach so lange. Ich will ja weiterspielen. Und so. Ihr wisst. So. Komm. Es können ja eh nicht alle rein. In den folgendes Raum. Von daher. Bin jetzt im Discord. Ja, das freut mich. Discord, Twitter und Instagram. Alles in der Stream-Beschreibung verlinkt. Hast du Mike Wirft Story-Modus? Nein, habe ich nicht. Aber das normale habe ich. Ups. Mann. Okay. Nehmen wir doch den einen an. Und dann geht es weiter. Alle anderen später. Ähm. Wo war das jetzt? Oh. Wer war das? Okay. Mal mit später. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ähm. Mike Woff habe ich hier auch. Warte. Wo sind das? Ähm. Bester Mod von Thoros Noob Teluka. Ist nun ein. Ja. Tot. Eins tot. Da ist es. Und 17. Sissi. Sissi. Oh Gott. Der Name ist schwer. Okay. Tut mir leid. Auf jeden Fall danke fürs Abonnieren. So. Wir gehen jetzt mal ins Tor-Turnier. Rangliste ansehen. Und der Igel hat gewonnen mit 168 Punkten. Ich habe 69 Punkte. Sollen wir das irgendwas sagen? Spiel. Willst du mir damit irgendwas sagen mit diesen 69? Willst du mir das irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Oh. Ich bin sogar in den Top 20. Wow. Auf Platz 1 ist der Igel. Auf Platz 2. Will. Joko. Oder so. Hallo und dich. Bist auch ein krasser Typ. Fabi auf 3. Lukas auf 4. Hirt auf 5. Karo auf 6. 7 ist der Leon. Ach der Noah. 9. Sehr. Sehr. Okay. Hi. Und MD Tendo ist auf 10. So. 61 Leute haben mitgemacht. Holy shit. Gut. Jetzt machen wir mal einen Freundesraum. So ein bisschen 280cm. Dachte ich mir. Da können wir mal so ein paar Strecken wählen. So ein bisschen 280cm. Kann man sich mal gönnen. Zwischendurch werde ich noch ein paar Freunde annehmen. Alle so nach und nach. Ihr wisst Bescheid. So. Ähm. Wir nehmen mal. Farben wir jetzt mal richtig geil. Und zwar so. Hallo. So. In der Zeit nehmen wir noch ein paar Leute ran. Haben wir jetzt Zeit. Der Raum muss sich ja erstmal füllen. Haben wir Zeit genug. Würdest du Newer Super Luigi Wii Dark Moon spielen? Ähm. Ja. Kann man mal machen. Habe ich aber aktuell nicht geplant. Ich bin Platz 13. Na Glückwunsch. So. Ähm. Kaolin B. Lässt 99 Cent da. Kaolin. Danke dafür. Ich wusste gar nicht, dass man 99 Cent da lassen kann. Das ist jetzt neu für mich. Aber auf jeden Fall danke dafür. Du bist auf jeden Fall auch eine krasse Toadette. Ja. Da wird es eingebendet. Eine krasse Toadette ist das hier heute. So. Ähm. Ja. Nehmen wir einfach mal an. Mal gucken, ob der Raum voll ist. Wie kann man 99 Cent spenden? Das frage ich mich auch. Kannst du uns das erzählen? Leon, wie kannst du mitmachen? Du musst mich auf der Freundesst haben. Denn geht das hier alles? Ich nehme jetzt einfach mal ein paar random Leute an, die mir gerade vom Namen was sagen. Gendorf sagt vom Namen jetzt gerade was. Nehme ich mal welche an. So. Ich blende mal den Turniercode aus. Darum geht es ja jetzt gar nicht mehr. So. Ist der Raum schon voll? Könnt ihr mir das sagen? So. Erik hatten wir heute auf jeden Fall auch hier am Start. Das weiß ich. So. Der Erik. Der Erik. Ich heiße Leon. Kannst du mich annehmen? Jo. Wir gucken mal. Hab gejoint. Ja, ist das schön. Das freut mich. So. Helena, hallo an dich. So. Ähm. Am besten nehme ich jetzt alle an. die mir das jetzt im Chat sagen, wer sie sind. Leon. Da ist er. Bin ich gebannt. Skilltime. Nö. Ich wüsste nicht wo. Muss weg. Alles klar. Danke, dass da war's. Tschüss. Ein Platz noch. Okay. Tuna. Hallo an dich. Guten Tag. Bin auch da. Heiße Tuna. Ah, okay. Alles klar. So. Gucken wir mal. Da bist du. Und jetzt ist der Raum auch voll. Okay. Ich nehme jetzt noch eine Person an und dann geht's erstmal los. Der Raum ist ja jetzt eh voll. Also eine Person nehme ich jetzt noch an und dann geht's los. Wer sagt mir gerade was. Wir nehmen mal. Da. Den nehmen wir einfach mal an. Jetzt geht's danach erstmal los. Und der Raum ist ja eh voll. Von daher nehme ich euch anderen später an. Ja. Die anderen kommen später. Spielst du Xbox 360? Nein, hab ich nicht. Aber ich hab eine Xbox One. Ja, moin. Guten Tag. Hallo. Jetzt geht's richtig ab hier. Machen wir mal mit Teams. Das kann lustig werden. Machen wir mal mit Teams. Gönnen wir uns mal Teams. Uh. Ja. Zufällig bitte. Boah. Passt. Warst du ein volles Code? Den zeige ich dir gleich, wenn wir mit diesen vier Runden hier fertig sind. Dann zeige ich dir. Ja. Aktuell ist der Raum ja eh voll. Nur keine Teams. Ach komm. Teams kann man sich doch auch mal gönnen. Und zwar nach CCM auch. Du bist ein bisschen nervös. Viel Glück. Ja. Sehe ich auch so. Okay. Ich kann den Freundescode eingeben. Das ist schön. So viele Leute heute hier. Chrissy. Ich find's auch krass. Ach, ügel. Teams sind doch lustig. Teams find ich lustig. Mario Kart Deluxe oder Mario Odyssey? Also müsste ich mich zwischen zwei Games entscheiden. Ich glaube ich würde Mario Kart Deluxe nehmen. Aus dem einfachen Grund. Weil ich hab jetzt Mario Odyssey durch. Das wäre jetzt für mich immer dasselbe. Und Mario Kart Deluxe hat einen Online Modus. Also einen großen Online Modus. Und ich glaube das würde mir auch sauer mehr Spaß machen. Ja. Genau. Teams sind spitze. Das sehe ich genauso. Finde ich voll lustig immer mit Teams zu fahren. Finde ich voll lustig. Oh. Was haben wir denn hier für ein Auto? Oh. Das ist ja mal richtig eklig hier. Huuu. Bremsen ist hier auf jeden Fall angesagt. Hast du Discord? Ja. Discord Link ist in der Stream Beschreibung. Genauso wie mein Twitter Name. Beziehungsweise meine Twitter Profil Seite. Und mein Instagram Account. Alles verlinkt. Oh. Wie alt ist Mario Kart 8? Wii U jetzt nochmal. Ähm. Das ist vier Jahre alt. Na noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Kam Ende Mai raus. Also noch nicht ganz vier Jahre. Aber ich... Guck mal. Ich bin vierter. Ich bin vierter. Ihr seht. 200 CCM kann ich. Da bin ich ein richtig krasser Tod. Genau wie die Leute, die heute gespendet haben. Auch richtig krasse Tod. Geh weg, Gucke Willi. Warum kommen die alle mit ihren Gucke Willis? Was ist da los? Ich glaube, bei 200 CCM fahre ich nur gegen die Wand. Ja, ich nicht. Ich bin ja der Oberskiller. Kannst du mich gleich annehmen? Ja, wir gucken gleich. Nach den vier Runden. So. Oh, Toddy. Nicht besoffen fahren. Nein. Nein. Toll. Das lief ja jetzt nicht so gut. Wie alt bist du? Ich bin 16. Ja. Ja, toll. Hm. Aber hey, wir haben IG auf 1. Das ist knapp. Das ist noch alles offen. Ich bin nicht reingekommen. Vielleicht hast du beim nächsten Mal Glück. 3 Runden. Dann nehme ich die nächsten Leute an. Was spielen wir jetzt? Ja. Ich würde sagen, ich zerstöre jetzt mal alles hier. Also, Kuba-Großstatt-Fieber. Genau. Twitter, Discord und Instagram. Alles jetzt im Chat verlinkt. Warum bist du ein Tod und kein Yoshi? Ähm, weil ich Tods sogar... Also, Tods mag ich ein bisschen mehr als Yoshi. Deswegen, ja. Meine Schwester ist 19. Und wie alt bist du? Team Rot for the win. Nein, 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 nein. Achso, doch. Ich bin ein Team Rot. Also, ja. Team Rot for the win. Prinzip, das sehe ich genauso. Hm. Anonym. Ah, okay. Dein Name sagt mir was. Alles klar, Stefan. Pius ist 16. Die Rente nähert sich schon. Zum Glück bin ich erst 14. Ja, meine Rente ist bald da. Bald gehe ich in Rente. Habe ich auch ein bisschen nötig, weil die Promille ist bei 3,0. 15 bist du. Okay. Oh, Pur-Controller. Bleib doch mal entspannt. Nerv nicht. Pass auf. Irgendwann geht er so mitten im Rennen aus, ne? Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon sowas von kommen. Oh, geh weg. Bist du dir Captain Toad für die Switch von Yana? Klar. Das ist sowas von drin. Genauso wie Mario, Tennis, Aces. Das möchte ich im Stream mit euch im Turniermodus sehr suchten. Ganz klar. Und der Rollstuhl-Racer. Hallo und ich. Oh nein. Wieso werde ich am Ende immer so beschissen? Pius zeigt maximal einen Skill. Mark. Ja, das stimmt. Ich kann dich ja gerade auf der Switch sehen. Verstehe immer noch nicht ganz, wie du auf dem Screen 8 bist. Im Stream selber aber noch nicht so weit. Ne? Achso, weil der Stream so minimale Verzögerung hat vor ein paar Sekunden. Ja. Hey an alle 9. Das sehe ich genauso. Guten Tag. Ja. Habt keinen Bock mitzufahren. Würde euch alle eh fertig machen. Jo, 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 jo. Das musst du uns erst beweisen. Das musst du uns erst beweisen. Ja. Kannst du noch mal den Freundeskurs zeigen? Kant konnte ihn nämlich nicht ganz eingeben. Bitte. Das mache ich in zwei Runden. Oder ich zeichne dir ganz kurz. Verhilfter dir hat 223575300340. So. Weiter geht's. Vielleicht hat's dir geholfen. So ein Zeichen dir nach dem vierten Rennen. Jo. Und Laureen x2. Hi an dich. Guten Tag. Oh, erst mal gegen die Wand. Marvel war gerade besser als du. Als ich. Oha. So. Jetzt möchte ich euch alle zerstören. Kommt. Hö. Ja. Erster ist schon drin, Leute. Erster ist drin. Und da ist der erste Platz noch nicht. Jetzt aber. Das ist meine Strecke. Das ist Malkan 8DS. Und das war mein Leben. Deswegen möchte ich hier gewinnen. Keiner nimmt mir hier den Sieg. Da hast du aber noch keine Japaner getroffen. Oha. Oh. Ja. Irgendwie so. Ey. Lukas. Geh weg. Warum rast du so davon? Was hat der für ein Speed? Was ist los bei dem? Oh, er ist runtergeflogen. Nee, doch nicht. Warum? Hallo? Warum rast der so? Was ist los bei dem? Was hat der denn genommen? Okay. Jetzt wird er zerstört. Jetzt. Ey. Gut, dass ich die Hupe hatte. Oh, Junge. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Oh, Mann. Schade. Mehr war nicht drin. Der hat einen Panzer gehabt. Hab gerade Mario Kart 8 DS verstanden. Lol. Ja, ich sag das immer aus Versehen. Oh, Mann. Ich weiß, es ist eigentlich Mario Kart 8. Mario Kart 8. Mario Kart DS heißt. Aber irgendwie sag ich immer Mario Kart 8 DS. Oder auch Mario Kart 8 Double Dash. Immer dasselbe hier. Mann. Ja. Wie am Ende noch getroffen wurde. Was ein Weh trug. Der Moment, wenn das eigene Team nur auf mich geht. Ja. Läuft bei dir. Der hat Zucker genommen. Spielst du Fortnite? Nicht intensiv. Nicht intensiv. Also nicht intensiv. Und auch sehr selten nur. Danke. Bist der Beste. Alles klar. Spielst du auch Computerspiele? Ja. Overwatch. Oder auch Fortnite. Aber halt selten. Am meisten spiel ich auf der Switch. Ja. Super Pios. Weiter gewonnen. Danke, Marc. Bist du stolz auf mich? Ich hoffe es. Mario Kart 8 64. Man kennt es. Ja, wer kennt es nicht? Also ich kennt es. Letztes Rennen. Dann nehme ich Freundesanfragen an. Und dann machen wir noch vier Rennen. Und dann ist Schluss für heute. Ja. Ungefähr bis 21 Uhr machen wir heute. Ungefähr. Habt ihr schon mal so einen leichten Zeitplan? Oh, die Strecke, die gibt es mir richtig heute. Wann kann ich mitspielen? Gleich nach der Runde eventuell. Wenn du dann in den Raum reinkommst. Warte mal, du spielst Overwatch. Also spielen würde ich das nicht nennen. Luca, ab und zu mal, okay? Aber nicht gegen dich. Du bist zu gut für mich. Du bist zu gut für mich. Ab und zu mal. Wollen wir mal sehen, ob mein Pro Controller mich heute noch verlässt oder nicht? Ich kenne nur Mario Kart 64 8DS. Uh, das ist auch ein gutes Spiel. Das ist auch ein gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Oh, diese Kurve ist hier am Ende. Äh. So, komm, fünfter, vierter ist drin. Yes. iPhone oder Android? Ähm, Android, weil ich da einfach alles anpassen kann. Ich mag auch bei iPhone die Icons nicht. Und bei Android kann ich mit Icon Packs und anderen Apps mein Handy so gestalten, wie ich es möchte. Deswegen Android. Und yes, wir gewinnen. Wir haben gewonnen. Team Toad gewinnt immer. Wir sind halt einfach gut. Also, ja. Prinzi, Eagle, Fapsi, MD Tendo, KL, 4R. Wir sind einfach die Besten. Und der Headsocker LPE hat abonniert. Danke dafür. So. Jetzt machen wir... Ja, ihr könnt noch ein bisschen chatten, wenn ihr wollt. Euren Smalltalk hier führen. Ich nehme in der Zeit neue Freundesanfragen an. So, jetzt haut mal euren Namen rein. Und dann adde ich euch. Fünf Leute adde ich jetzt. Fünf Leute, die mir jetzt ihren Namen reinposten. Zum Beispiel Finn hat es geschafft. Muss er jetzt nur noch... Aber nicht spammen. Ihr müsst euren Namen nicht spammen. Es ist besser, wenn ihr nur einmal postet. Weil dann sehe ich zumindest alle Namen, die jetzt geedit werden wollen. Also nicht spammen. Einfach nur einmal euren Namen. Das reicht. Ja. Ja, okay. So, so machen wir das hier. Ja, dann, genau. Wo haben wir den? Noch vier Leute jetzt. Da ist er. Anonym x2, du auch. Okay. Alles klar. So. Und dann machen wir noch vier schöne Rennen. Und dann ist der Abend auch wieder rum. Dann essen wir irgendwann schönes. und dann muss ich gucken, ob die Loris auch schön getanzt haben, ganz klar. So, ähm, wo sind wir jetzt? Einen ganz bestimmten, der anonym, Heini. Wo sind wir? Ich bin gerade blind. Da. Guten Tag. So. Und alle, die jetzt nicht angenommen werden, nicht traurig sein, irgendwann kommt die hier rein. Hoffe ich zumindest. So, wen haben wir jetzt hier noch? Ja, einer, der auch ganz lange schon wieder warten tut, ist der KL. Wo bist denn du? Ein bisschen du? Ah. Warte mal. KL, wo ist KL? KL? Ja, den habe ich auch eben gesehen, den nehmen wir den noch an hier, so. So. Und dann noch einen, den reicht das auch, dann ist der Raum eh wieder voll. Die der eh immer so schnell. Ja. Und dann läuft das hier. So, dann nehmen wir jetzt noch... Hm, der ist ja auch schon lange am Start. Ich würde am liebsten euch jetzt alle annehmen. Aber dann bin ich morgen noch hier. Deswegen, die restlichen, die jetzt nicht drankommen, ich nehme euch alle im nächsten Stream ungefähr an. Weil, dann bin ich morgen noch hier und ich will jetzt nicht irgendwie 80 Jahre annehmen. Jetzt können eh nicht alle reinkommen, von daher, beim nächsten Mal, okay? So. Jetzt habe ich ein paar angenommen, alle, die jetzt nicht angenommen werden, tut mir leid. Aber beim nächsten Mal jetzt erstmal einen neuen Raum, damit neue Leute wieder eine Chance haben, reinzukommen. Ich würde euch alle bitten, die jetzt eben dabei waren, nicht sofort wieder in den Raum reinzugehen, erst wenn er nicht voll wird, damit jetzt andere die Chance haben, reinzukommen. So, und bitte, was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Ähm, switch. Ah, okay. Braucht halt drei Stunden. So. Bin doch auch lang dabei. Ja, äh, tut mir leid. Nicht alle, ich kann nicht alle gleichzeitig annehmen, tut mir leid. So, ähm, nehmen wir mal das Auto hier. Jetzt spielen wir ein bisschen 150. Aber ich hole mir erstmal ein Aufladekabel für den Pore-Controller, bin gleich zurück. Ihr könnt erstmal alle reinkommen. So, guten Tag. Ach, ich hab ein Kabel gefunden. So, jetzt hat der Pore-Controller auch ein bisschen Strom an seiner Seite. Und ich glaub, der Raum schon voll. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 150 ohne Teams, weil einige es auch nicht wollten. So, das sollte passen. Los geht's. Hallo, Redstock. Guten Tag. Neues Katja-Musikvideo ist online. Das hab ich schon gesehen. Ich find's okay, aber Doggy find ich besser. Man gibt's mit Doggy und so, das war schon, das war schon ein Killer. So, die Strecke bitte endlich. Du wolltest den Code anzeigen. Ähm, macht keinen Sinn, weil ich heute keine mehr annehme. Beim nächsten Mal, okay? Beim nächsten Mal nehme ich wieder Leute an. Heute nicht mehr. Ja. Prinzip, das find ich korrekt von dir. Das sind die Leute, die ich hier gerne habe. Ja, Nick, das, äh, ich hab dich irgendwie grad nicht in der FL gesehen. Tut mir leid. Beim nächsten Mal, bist du dann am Start. Ja. Mit Teams wär's irgendwie nice. Haben wir eben gemacht. Jetzt mal ohne Team. Ja. Arthur. Das ist aber lange. Das ist lange. Da bist du ja schon richtig lang dabei. Oha. Ja, die Strecke ist jetzt nicht gerade einer meiner Lieblingsstrecken. Die fährt mir jetzt nicht so. Oh, der Prinzi. Nightbot. Nein. Ich glaub, ich hau den wieder raus, den Prinz, äh, den Nightbot. Kann man das rückgängig machen? Oh, Prinzi. Das wollte ich aber nicht. Ja, da seht ihr ein bisschen. Keine Emojis spammen. Das hat der Nightbot nicht gerne. Höchstens vier. Höchstens vier. Dann ist Ende. Aber, Prinzi. Boah. Doof gelaufen. Ja, dass du mich so lange kennst. Das ist mir klar, Mario. Das weiß ich. Immer diese Leute, die mich so lange kennen, ne. Das ist ja ganz schlimm. Ganz schlimme Sachen. Sind Hacks erlaubt? Nein. Keine Hacks. Nein, 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 nein. Ja, komm, gönnen wir uns einfach 80 Sterne. Gar kein Problem. Er hat halt nichts gemacht. Okay. Lol. Dies ist doof gelaufen. Ich glaub, diesen Nightbot, den hau ich wieder raus. Der, der, was? Junge, ich hab den in Steckdose drin. Warte, ist los. Ich hab den in der Steckdose drin. Warum lädt der nicht auf? Was ist los bei dem? Ich hab einfach mein Handy auf Ladekabel genommen. Sag mir nicht, der Pro Controller hat ein Eigenleben und möchte den Switch auf Ladekabel. Dann ist aber was los hier. Warte, ne Oberzicke. Ich kann jetzt auch noch das Kabel gleich wechseln. Oh, der ist aber auch ne Oberzicke, der Typ. Und, hallo an dich. Wo ich deinen Namen nicht lesen kann. Guten Tag. Original, seine Nachricht. Gib's mir Toadie. Ja, läuft. Ich glaub, der Nightbot hat was gegen Katja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oh, Sechster. So, jetzt muss ich mein Kabel wechseln, weil sich der Switch vor Controller denkt, nö, mit dem Handy auf Ladekabel möchte ich mich nicht aufladen lassen. Deswegen muss ich jetzt wohl das Kabel wechseln. Schön wär's auch, wenn ich das Kabel finden würde. Ich hab den Stecker gefunden, aber noch nicht das Kabel. Meine Suche geht weiter. Kabel! Komm her! Kabel! Ihr müsst wissen, ich hab eine Schublade. Da sind alle Kabel drin. Und das sieht da aus, wie bei RTL Messi Team. So ungefähr sieht das da aus. Und da suche ich jetzt die Kabel. Kabel! Ach! Vorcontroller, überlebt bitte noch ein bisschen, okay? Ich hab jetzt Kabel nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo das habe. Vor ein paar Tagen hatte ich das noch. Jetzt ist es wieder weg. Ja. Suche ich gleich im On-Zoom weiter. Jetzt fahren wir erstmal die nächste Runde. Vielleicht überlebe ich es auch noch bis dahin. Ähm, der Stream bleibt online vorausgesetzt. Das läuft hier alles weiterhin so gut wie jetzt. Dann bleibt er online. Ja. Vielleicht schon tue ich allgemein nix. Selbst wenn mir das Video nicht gefallen hat oder sonst irgendwas. Ich lasse eigentlich größtenteils an als sonst auf nicht gelistet, so auf privat. Also löschen tue ich eigentlich gar nix. Das sind alles Erinnerungen, ihr wisst Bescheid. Oh, den zerstöre ich jetzt richtig. Oder auch nicht. Aber gleich suche ich weiter nach meinem Kabel im On-Zoom. Putputkabel, komm her. Es gibt auch ein Leckaschen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, hör auf. Nein, du hast halt Kabel verloren. Äh, verloren. Nein, Kabel verloren müsste ich eigentlich nicht. Es müsste eigentlich... Als ob ich gerade Erster bin. Das müsste irgendwo sein. Ich suche gleich mal weiter. Kabel, komm zu mir. Was geht, ihr Söhne? Ja, guten Tag. Oh, hör auf. Zerstör mich nicht. Ja, komm. Baller, Bananen. Baller alles. Komm, Junge. Junge. Baller alles. Oh, hör auf. Ach komm, gönnen wir uns jetzt einen guten Platz. Sechster ist für mich kein guter Platz. So, die Suche nach dem Pro-Controller im Kabel-On-Zoom geht weiter. Ich glaube, ich werfe jetzt einfach alles raus, was da so drin ist. GameCube-Adapter für den PC. Aufladekabel für ein Handy, was ich nicht mehr besitze. Nintendo 3DS-Aufladekabel. Yay. Oh. Ja, ich finde einfach gar nichts mehr. Also kann mir mal bitte irgendjemand 15 Euro spenden. Ich brauche mal eben neues Switch-Aufladekabel. Ich bin mal ganz nett von euch. Also so ein 15-Euro-Schein, ne? Das wäre ja eigentlich gar kein Problem für euch, ne? Auf jeden Fall. Dummer Block, Bob, Bob, Blinn. Gott. Weil ich's kann. Weil Doppel-U ist doch geil. Doppel-U ist geil, ne? Spendiert mir jemand einen Joghurt, ja, na klar. Weil er das Kabel findet. Sie hören das jetzt. Okay. Also haut mal alle hier, haut mal alle eure Millionen raus. Ich brauche ein neues Kabel. Oh Mann. Ein 15-Euro-Schein. Junge, komm ran. Hör auf. Ihr Faker Toads. Hör auf. Wo ist 15-Euro-Schein? Ja, ich war doch auch, ne? Ist ja hier ganz klar. Ne, Spaß. Alles gut, Leute. Ich werde dieses Kabel finden. Oh, wo muss es sein? Wann ruft ihr das RTL-Messi-Team an? Dann helfen die mir halt. Ich hab's gestern noch gesehen. Und er ist jetzt weg. Oh, hier ist schon wieder sowas. Ein Chaos, ey. Was ist ein Chaos? Mann, Mann, Mann. Ich hab ne 4-Euro-Münziger. Gib her. Hör auf. Zweiter. Leute, ich spüre die Sound-Power. Oh, ho, ho, ho. So. Äh, die Kabelsuche geht weiter, Leute. Bin gleich zurück. Ich hab' das Kabel gefunden. Ich hab' das Kabel gefunden. Leute, jetzt spüren wir den Strom. So, lieber Pol-Controller, jetzt haben wir das Kabel gefunden. Jetzt hat der Pol-Controller auch ein bisschen Strom hier als Beweis. Jetzt Leder auf. Jetzt fühlt er sich geil. Annika, mir geht's gut. Hallo an dich. Ja. Endlich. Hat ja lange genug gedauert. Ja. Ich hab's gefunden, Leute. Ich hab's gefunden. Ich glaub, das ist ein Grund, einen Daumen hoch zu geben, oder? Ich seh das so. Es werde Strom. Strom-Power. Yay. So. Also, ich denke, das ist ein Grund, einen Daumen hoch zu geben. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich spüre es. Oh, Mann. So. Strom, Akku, Daumen. Alles jetzt wegschieben damit. Das Renngewinn ist jetzt angesagt. Na ja. Es werde Strom. Ja, das sehe ich genauso. Ich hab dir die Toad-Power verliehen. Oh, du bist ja ein krasser Typ. Die Toad-Power. Wer kennt sie nicht? Oh, kein Item. Deshalb geht's ja nicht. Du hast noch eine 7-Cent-Münze. Oha. 7-Cent gibt's aber nicht. Wow. 150 Daumen hoch. Oh. Das läuft ja heute wieder richtig gut hier. Danke an jeden von euch, der heute hier am Start ist. Ja. Oh, guck mal, Leute. Was hättet ihr in der Zeit alles machen können? Ihr hättet in der Zeit Just Dance gucken können. Ne, Let's Dance heißt das. Oh Gott. Let's Dance. Oh, ist das? Oh, Mama. Let's Dance hättet ihr gucken können, wo ein bisschen die Lochis am Updancen sind. Oder ihr hättet euch 80 BB-Videos angucken können. Aber was macht ihr? Ich schaue jemanden zu, der mit 3,0 Promille Mario Kart 8 Deluxe spielt. Ja, willkommen. Guten Tag. Rollen ich zu, guten Tag. Hallo an dich auch. Der Mike ist auch wieder da. Hallo. Du hast einen 1-Billion-Euro-Schein. Ja, du bist ja ein richtig krasser Typ. Bei dir läuft der richtig. Ach, und natürlich habe ich eine 600-Euro-Münze. Wer kennt sie nicht? Ich besitze ja... Du bist ja hier. 600-Euro-Münze, die höre ich auch gerne. Kannst du mir die mal zeigen? Ich nehme sie denn nur ganz kurz in die Hand und dann gehe ich auch. Nö, ist ja gar kein Problem. Dieser Stream ist unterhaltser. Bibi nicht. Ach, die Bibi, ne. Die ist ja geil, die Tante. Komm, Marvin. Kill mir noch. Marvin! Den haben wir sowas von zerstört. Marvin, du weißt, jetzt bin ich hier der Skiller. Ich habe diesen Stream zufällig gefunden und habe nichts besser zu tun. Also, ja, das läuft ja heute gut hier. Du hast einen 5-Euro-Schein. Der läuft bei dir. Oh, wir sind Platz 3. Ja, Leute. Das lief doch gut. Ich bin stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich. Ja, 80 Bibi-Videos. Das ist eine gute Sache. Also, ich will mal irgendwas gucken. Ich will mal irgendwas gucken hier auf YouTube. Ne. Ich habe eine Idee. Wir könnten ja was richtig krasses machen. Und zwar könnten wir... Also, es gibt ja so Leute wie Hibi. Die raiden immer Leute. Und wir sind ja 60 Zuseher. Man könnte mal... Habt ihr Lust auf einen Raid? Wenn wir mal irgendeinen raiden. Also, Mario Kart ist voll Schluss eigentlich. Aber ihr könnt noch ein bisschen hier Smalltalk führen, wenn ihr wollt. Im Chat hier. Also, hier so. Hallo. Guten Tag. Also, hättet ihr Lust auf Raid? Also, Raid heißt, wir gehen in einen anderen Streamer und ballern da den Chat voll. Und der amüsiert sich dann tot. Hättet ihr Lust drauf oder nicht? Schreibt es mal im Chat. Ja. Sonst machen wir an der Stelle hier Schluss. Und ja. Ja, wait. Okay. Igel ist schon mal dafür. Wir sind 60 Zuseher. Das wäre eine gute Zahl eigentlich. Kann man machen, ne? Ich muss kacken. Ich habe leider kein Papier. Du bist so... Oh, Junge. Bei dir los wird es. Ja, wait. Ist best. Okay. Wait. Geht besser auf Twitch. Ja, das ist mir egal. Wir sind ja auf YouTube. Ja, wait. Ja, man. Ja, ja. Ich merke es. Ich merke es. So, meine Lieben. Dann sage ich hier einmal Danke, dass ihr dabei wart. In Mau-Cut. Jetzt geht es noch zum Wait. Alle, die dabei sind, sind richtig krass. Ich mache das mal eben alles... Ich bereite das mal eben alles vor. Und dann geht es gleich los. So. Wir gehen dafür auf YouTube Gaming. Da kann man immer ganz gut sehen. Ich bereite das eben alles vor, Leute. Ganz entspannt. Und dann geht es hier gleich los. Jetzt habe ich gerade was kaputt gemacht. Aber gleich läuft das hier. So. Ja, mach halt. Da ist... Oh, Junge. So. YouTube Gaming bitte einmal. So. Dann läuft das hier. Mark hat mal mit Freunde dicht. Raus hier. Und dann geht es jetzt zum Wait. Und mache mal jemanden hier fertig. Hohle. Dann läuft das hier. So. Ich bin schon mal an YouTube Gaming. Live. So. Ihr könnt ja mal einen Vorschlag machen, welche Spiele wir denn machen sollen. Ich mache auf jeden Fall jetzt mal mal das Bild an. So. Ach, okay. Gut. Läuft. Ich bin jetzt so weit größtenteils. So. Jetzt können wir anfangen mit dem Spaß. Ich mache das nicht so oft, Leute. Ihr müsst wissen. Ich nicht erfahrener YouTuber, ihr wisst. So. Jetzt läuft das hier. Guten Tag. So. Ah. Fast. Immer noch nicht. Oh, Mann. So. Jetzt läuft das hier. So. Achso. Oh, Mist. Ich habe das viel zu groß. Äh. E-Bimms. Guter YouTuber. Guten Tag. Willkommen auf Toadoofs. So. Jetzt aber. Jetzt sind wir hier am Start. Und jetzt geht es hier richtig. Ich mache erstmal die Switch aus. Die brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr. So. Dann läuft das jetzt hier alles. Ich hoffe, es sind noch Leute hier am Start. Leben noch überhaupt noch welche? Ja. 56 Leute. Guten Tag. Guten Tag. So. Wen suchen wir uns denn jetzt aus? Wen wollen wir waden? Wir gucken mal. Es spielen acht Leute Mario Maker. Einer ist nur live in Mario Kart. Bin ich das? Bin ich das? Äh. Anscheinend bin ich der Einzige, der hier live ist. In Mario Kart. Ja, guten Tag. Auf der ganzen Welt. Ja, läuft. Ach nee. Mario Kart 8 Deluxe. Da gucken wir da mal rein. Ob es da schöne Leute gibt. Ah, gut. Da bin ich auf Platz 1. Ja, läuft. Mitzocken ist erlaubt. Wollen wir den nehmen? Oder den. Ah, das ist keine Facecam. Facecam ist eigentlich schon ganz nett für so eine. Für so ein Weight. Wollen wir den nehmen? Wir gucken da einfach mal rein. So, ich hoffe, ihr seht das alles. Ja, ihr seht das alles. So. Gott, ich habe ein Gericht. Das ist nice. Scheibe ist auch nicht. Es hatte keiner. Ein Geist ist ein Geist, der hat keinen Geist. Es hat keiner Geist von uns. Ja, wollen wir den nehmen? Ich würde sagen, den nehmen wir einfach mal. Und dann schreibt ihr in den Chat einfach mal. Hashtag die Tots. Dann ballern wir den einfach mal. Ich habe keine Karte. Ich habe ein Bein. Wir ballern den einfach mal voll. So. Hashtag die Tots. Ich muss euch mal den Link senden. Wo bin ich denn hier? So. Hier ist einmal der Link zum Ding. Und da ballern wir alle mal ein bisschen die Tots rein, ne? Ihr kennt das ja, ne? Und der hat 6 zu sehr. Das wollen wir ändern. Dann ballern wir den mal ein bisschen voll hier. So, erstmal alle reinkommen. Hier sind wir schon mal 9. Ja, langsam läuft das hier. So. Okay, seid ihr alle da? Ich fang einfach mal an. Ihr fangt, ich fangt ihr mal an. Fangt ihr mal an. Ja, die Tots. So, jetzt geht das hier los. Wir lassen auch mal alle like da. Nö, der ganz hallo. Immer auf. Die Tots zum Ballern wird alles mal voll hier heute. Ich schaue zu mir nicht. So, jetzt ballern wir hier mal richtig durch. Das ist das so unglaublich. Wollen wir mal, wenn man das seht. Schau mal in den Chat, du Junge, ne? Schau mal in den Chat. Hallo? Merkt ihr das auch? Hallo? Ich glaube, wir müssen ein bisschen abonnieren und werden dir nix. Der merkt da nix. So, die Tots, hallo. Hallo? Das bin ich. Ja. Ich glaube, der merkt nicht so viel, kann das sein? Neu, wer hat sich gerade richtig geradet oder was? Die Tots, die Tots. Die Tots. Ja, ja, jetzt, jetzt. Hi, auch alle, die mich gerade bei YouTube raiden. Jetzt ballern wir hier. Dann kaufe ich auf jeden Fall für den Raid. Krass. Ja, guten Tag. Die Tots, die Tots. Jetzt geht's hier. So, wir können aber ein bisschen ein Abo da lassen, ne? Ersteck da hinter, darf ich das erfahren? Irgendein Toad wahrscheinlich. Jetzt ballern wir hier mal die Abos, ne? Hattest du doch noch was gebracht? Ja, ja, alles nur wegen Toad. Also, weil er Toad fährt, deswegen, genau. Genau, deswegen läuft der Tier. Falls jemand mitspielen will, einfach mal Ausrufezeichen. Jetzt. Nintendo eingehen. Guck mal, jetzt hat er 34 Zuseher. Das gefällt mir schon besser. Und mir gerne verraten, wenn er hintersteckt. Das gefällt mir schon besser. So läuft der Tier. Danke anonym fürs Abo. So, jetzt ballern wir hier die Abos so ein bisschen. Und ich würde sagen, das war eigentlich ein ganz netter Stream heute hier. So, also ich glaube, ein bisschen mehr als 15 Likes geht auf jeden Fall schon noch, ne? Guck einfach, wenn Bipro im Chat schreibt. Und denn läuft das hier, finde ich. Danke auch Toad-Offs fürs Abonnieren. Steckst du dahinter? Hm, mal gucken. Irgendwie juckt es ihn gar nicht. Doch, ähm, nur ein bisschen verzögern. Okay, ja, das ist unser erster Rate, den wir hier je gemacht haben. Kann man mal machen. Und, ja, das läuft jetzt. Jetzt haben wir den von 6 auf 30 Zuseher mal hochgeballert. Und dann läuft das hier. Ja, ich würde sagen, ich bleibe jetzt noch auch bei Ihnen im Chat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das ist ja mal ein gutes Zwischof, der mir läuft. So, jetzt. Oh, wir haben mich immer abonniert. Ich bin einfach nicht losgesagt. Wer ist denn das? Oh, Tostio oder so. Gut, das war's für den Stream heute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und ich bleib jetzt bei ihm auch im Stream. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Oh, der Knife-Player gesniped.